Es ist ja nichts Unbekanntes, dass die Deutsche Bahn hierzulande massive Schwierigkeiten hat. Und das wird nun auch in der Schweiz immer stärker bemerkt. Jetzt hat sich der Schweizer Bahnchef Vincent Ducro geäußert. Er habe regelrecht Mitleid mit den engagierten Eisenbahnern und den Bahnkunden. In Deutschland seit vergangenem Jahr stoppt die Schweizer Bahn deutlich verspätete Züge aus Deutschland in Basel, um den eigenen, meist pünktlichen Betrieb nicht durcheinander zu bringen. In der Bundesrepublik habe man zu wenig für das Netz und die Digitalisierung getan. Das würde sich jetzt rächen, so der Schweizer Bahnchef. Das würde sich jetzt rächen, so der Schweizer Bahnchef.